Wie wäre es mit einem Seil, mit dem der Anwalt rumschwingen kann? Okay, hier habt ihr ein Seil. Das sieht ja gar nicht wie ein Seil aus. Ich habe es dann so programmiert, dass man an dem Seil auch rumklettern kann. Voll unrealistisch. Und damit es hübscher wird, habe ich dann noch eine Kletteranimation für Herr Anwalt gezeichnet. Jetzt klettert er an dem Seil wie so ein kleines Äffchen. Wohl eher wie ein Poldancer.